Hey, ich bin Polymechaniker bei der Firma Binder und ich nehme dich bei meinem Alltag mit. Komm mit! Die Hauptaufgaben von einem Polymerch sind Werkzeug auswählen und nachher ein Programm neu zu schreiben, nachher die Maschine einrichten und Teil ins Messen. Firma Binder ist ein Familienunternehmen mit weltweit 17 Standort. Wir produzieren drei Teile für Verbindungsstecker und Verbindungstechnologie. Es wird sehr viel Zeit in Lehrlinge investiert und wir haben hier sehr gut ausgebildete Leute, die einem immer gegenrufen und Firma Binder investiert sehr viel in neue Maschinen. Was man mitbringen muss, ist Motivation, sehr gutes Vorstellungsvermögen und man muss gut in der Mathematik sein. Jedes Jahr haben wir ein drehtagiges Lehrlingsevent, wo alle Lehrlinge an einem Standort von Winter herangehen. Hätte es dir gefallen, dann bewirb ich noch heute mit Freie Soldaten. Anzeigen. Anzeigen. Halen.